hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge für einen youtube channel youtuber gp so an dieser folge werden wir wieder fifa ultimate team spielen so da wir in jester gezogen haben im pack und verkauft haben werden wir halt jetzt haben wir genug kohle für neue mannschaft werden liga bv a machen also ist ja gefällt es halt am besten eigentlich von den sachen die mann zu ausgaben muss noch gucken in welcher formation wir die machen 44 11 ja ich überlege ob es geht ich mache 42 31 habe ich auch bei mir mein eigener account so ist eigentlich ganz geil so also dann wollte ich sagen warum wir mitten drin anfangen und nicht bei null ist ja einfach so weil wir halt auch schon ein bisschen kohle eingesteckt haben so ein paar psn karten gekauft haben alles deswegen können wir halt nicht direkt haben wir halt einfach auch keinen bock so wirklich direkt neu anzufangen weil auch die ganze kohle eigentlich für ein müll war sozusagen also deswegen bitte entschuldigt das oder ist eigentlich noch nicht schlimm ob man jetzt von null anfängt oder nicht wir haben ja jetzt bisher sowieso nur ein team gemacht das ist halt das hier ja ist ja gleich wo ist der dortmund team ja und dann gucken wir erstmal drei an torwart für die mannschaft ich will eigentlich die die global weg oder die europa lopez ich weiß nicht ein halbes ist glaube ich besser er hat reflexe und hechten sehr gut dafür hat aber sein position spiel nicht gerade so toll weil das ist noch zu teuer da können wir kein anderes spiel mehr spielen ja machen erst mal den hier auf den bieten wir mal 25 ist ein schwarz okay ist alles drei würde ich hochgehen so dann nehmen wir als nächstes kommt der innenverteidiger der würde ich nehme wahrscheinlich mascherano ja hier ist das schon obwohl und pijol wollten wir noch nehmen nur ich sehe gerade mascherano ist teurer als ich gedacht habe aber jetzt 10.000 ist jetzt auch nicht so gravierend ja ich gebe erstmal kurz mascherano gucken bisschen filtern hier noch mal suchen müsste eigentlich nur mascherano kommen nein kommt nicht nur mascherano egal gehen wir mal auf der anderen höchstpreis einmal 7.000 mal gucken ob einer ausläuft so ja dann müssen wir mal mehr filtern auf ne wo spielt denn der jetzt äh ich glaube atletico oder ne Barca so dann nehmen wir halt noch Barca so dann wird er nur kommen dann gucken ob einer jetzt ausläuft ja ok tut's nicht mal gucken für ein bisschen mehr wir haben ja ein 7 3 ja bieten wir mal drauf sieben verträge ja ist ok also nächster war pijol kann man gleich bei Barca bleiben naja hier ist noch pijol aber der ist ein bisschen lange noch nehmen wir noch direkt nationalität mit spanien den höchstpreis setzen wir mal auf 85 ja da kommt natürlich nichts dann mal auf 9 ja da kommt auch nichts ja dann würde ich mal gucken was der niedrigste sofort höchstpreis ist wir wollen ja auch natürlich so viel wie möglich sparen haben wir jetzt auch nicht so viel kohle leider können wir nicht die wirklichen top stars für die mannschaft holen wie wenn sie mal zum beispiel im sturm aber ich denke da gibt es noch irgendwelche alternativen die eh nicht gut sind und nicht so viel kosten haben wir einfach 95 hat zwar nur noch 5 verträge aber aber mal gucken ob 96 oder 97 nehmen wir den jetzt zuweisen erstmal vor allem speichern so jetzt der nächste ist der linksverteidiger dann nehmen wir dann nehmen wir dann nehmen wir Fabio Contrao der kostet auch so um die 5.000 6.000 glaube ich ich glaube ich habe den für 5.000 bekommen bei meinen Feind bei meiner ja ok 5 gibt es nicht 5,5 habe ich irgendwas falsch eingestellt ist der linksverteidiger ich glaube schon äh ok ich habe irgendwas falsch eingestellt ah ja der ist portugiesel ja ist klar habe ich vergessen für 4,9 gibt es hier 4,5 4,6 ja 4,5 ein Vertrag ne mal gucken ob es hat den anderen für 4,5 was der hatte 20 Verträge aber dafür noch so schlecht Fitness ah man wir wollen ja auch gleich mit dem Team noch spielen ja nehmen wir den hier wir 4,6 so der nächste wird sein ähm ich glaube ein rechterteidiger von Barca oder Real weiß ich gar nicht mehr ich habe keinen Plan wie der heißt ich kann irgendwie den Namen nicht merken mal gucken ob es der hier spielt nein war nicht Abelor dann war es glaube ich Barcelona das ist eigentlich auch der beste rechtsverteidiger von der Liga fast so viel bessere gibt es auch nicht mehr ja ok Daniel ist natürlich aber der war es nicht nein da war es doch ein anderer Verein ich hatte in Erinnerung es war Barca oder Real aber egal dann war es vielleicht Atletico oder so ja da ist er der spielt bei Valencia zwei ja der ist auch nicht teuer ich habe den gerade für 1500 bekommen ja nehmen wir den hier aber da haben wir schon mal die Abwehr komplett fertig glaube ich es sei denn wir wollen nicht überboten bei Fijol oder bei Daniel ne Diego Alves ja bei einem wollen wir überboten ja war klar hier läuft es noch 15 Sekunden sieht es aus ok sieht es so aus wenn man bekommt äh bis nein diese Gegner hat nicht meine Güte da ging irgendwas wie ich jetzt gerade naja egal müssen wir nochmal nach dem Tor suchen meine Güte so passiert ne der wird ein bisschen teuer dann haben wir hier noch Lopez ich weiß nicht ich habe noch nicht mit dem gespielt bin mir jetzt nicht sicher wie gut der ist naja einmal bei Real einmal bei das ist es Bilbao glaube ich so hm ja wir nehmen da Sofortkaufpreis ist ja nämlich ein bisschen teuer ah ich mich halt sagen wir nehmen Lopez hier sogar mit 55 Verträgen einfach mal testen wie der ist hat zumindest ins Position spielt besser als Alves also dann fehlt uns jetzt noch Mascherano ähm Argentinien obwohl doch mal Mascherano der war jetzt wo nochmal war es halt genau so 10.000 9 6 9 9 6 8 7 8 7 ist das günstigste ja nehmen wir einfach 8 7 aber den nächsten jetzt sind wir schon bei 25.000 für die Abwehr aber das Mittelfeld wird nicht so teuer glaube ich erstmal zentral defensiv Mittelfeld kommt denke ich mal wahrscheinlich Song und Sergio Busquets ja Alonso können der ist so teuer den holen wir uns später Busquets ja Fabregas genau den gab es auch noch Kedira ja die Frage ist Song oder Kedira Kedira ist besser eine defensives Song besser im Tempo aber unterscheiden sich nicht viel aber ich denke ich nehme eher Song ja nehmen wir Song so fortsetzen und Busquets 3000 2000 25 25 oh S.C.A. die gibt es auch noch ne so wo ist er denn meine Güte ja schade wieder kommen später ins team so meine güte jetzt ja nie mehr bei 2 5 weiter günstigste jetzt zu werden verblieben objekte im verbruch ja so als nächstes kommt dann der oder nicht der die zentrale offen das zentrale offen die mittelfeld so was ja turan den habe ich auch nach mir und modric kakt ja jetzt ist natürlich die frage was nimmt man hier ne hat man eigentlich ziemlich gute auswahl fabrik als nämlich ist schon automatisch verteuer der aber auch noch später eine sagen turan 86 niemals nehmen wir ja den gibt es als 84er özil 29.000 ist ja nicht richtig modric kuran mann ich so eigentlich in turan als 86er so ich würde sagen kaka wird wahrscheinlich der zweite offen die mit welcher spieler hat glaube ich weiß gar nicht hat der fünf sterne so nehmen wir erst mal ja meine güte kaka alonso als zom okay meine güte wo sind denn die ganzen spieler jetzt haben wir die 86er ähm 6369 7 1 meine güte wo ist er eigentlich besser schuss ist er besser pass ist er besser und das war's auch schon dann nehmen wir einfach durch seinen anderen und hier kaka für 32 haben wir jetzt hier 2 9 was kostet er 4 5 gut nehmen wir den und dazu kommt noch turan würde ich sagen meine güte wo ist er denn 2 6 ja da bin ich irgendwie ein bisschen klar nicht mit dem preis aber wenn wir sparen ist es eigentlich gut aber ich habe auch keinen bock so viel kohle auch zu geben desto mehr kohle haben wir später für die guten spieler so kaka turan ja nehmen wir jetzt einfach den hier der hat aber die kack ich will jetzt direkt mit dem team eine eine partie spielen deswegen habe ich ja meine güte gibt es so jetzt ja perfekt na nix tauschangebot sofort kauf so wenn jemand besser besser und wird als turan schreibt bei uns in die kommentare oder auf die facebook seite wenn ihr irgendwie eine verbesserung habt für das die zb zentral auf niemand die für die mittelfeld was ihr denkt was besser wäre ich denke mal von der günstigen variante her ist das eigentlich schon die beste lösung als mögliche stimmung hier glaube ich kann ich schon später kommen wenn man es team auf jeden fall und valko auch noch so kann ich schon auf der war schon mal wie wir zu einer reihe die spieler oder den wir genau wie bei mauter als mittelstürmer wenn die gebrauch günstiger der kostet 10.000 auf jeden fall würde ich ganz vorne als stürmer 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 ein schnellen spieler zum beispiel wie carnival und dahinter ein eher schuss- und passstarken warte da war falkau oder dafür 35 ist die frage kaufen wir falkau oder nicht hm sollen wir ihn kaufen 35.000 haben wir noch komm wir kaufen ihn ähm ne jetzt zuweisen falkau ist eigentlich einfach nur geil deswegen holen wir den hat zwar jetzt 35 gekostet hat unser teuerster spieler in der mannschaft naja später kommen noch teure dazu wie xavi cassias benzimmer im ganz vorne naja der kostet 25.000 können nicht leisten ich würde sagen ja martin ist auch geil aber eigentlich nur pace so benzimmer meine güte also falkau und wen noch einen schnellen spieler mann gibt es denn keine richtig schnellen spieler hier oder was ich dachte carlijan gibt es auch als stürmer ich weiß ich könnte es auch filtern aber ach komm ich filter das jetzt einfach der war spanier glaub ich hm ja riemann dritt spanien suchen gucken wir mal ah oh ok als stürmer ist er eindeutig teurer als als mittel als mittel als als mittelstürmer ich glaube das sagt man so also ein bisschen andere und finden weil mehr als also für 79 10.000 ausgegeben hat auch keinen bock drauf er müsste mindestens 85 wie benze mal haben martins machen es ist schwer martin es gibt keinen anderen schnellen irgendwie es gibt hier noch adrian ja adrian das war schon an den schnellen stürmern ja ich würde sagen wir nehmen aber martins ist eigentlich schon ein pace aber egal hier hinten war er für 2 1 oh man da hat er wieder keine ja keine energie so wo ist er jetzt versteckt ich ja wird sogar 1 8 schon wieder meine güte also wo ist er jetzt brauchen wir ihn auch noch ja warten gucken gucken meine güte wo ist martins da haben wir nochmal 2 5 auch nur 77 meine güte so 3000 mit 52 verträgen so den nehmen wir einfach keinen bock mehr zu suchen 50 hat zwar nur 75 ist hey der hat nur 90 jemand der hat nur 93 komisch egal ist wahrscheinlich irgendein kleiner fail fuck drauf wir haben jetzt die mannschaft zu Ende müssen wir jetzt auch schnell zusammenstellen so machen wir noch schnell sagen die mannschaft ist schon echt geil nur halt die außenverteidiger sind nicht so gut aber da gibt es auch keine besseren in der spanischen liga irgendwie so ztm war turan auf links und kakao auf rechts mal gucken was besser funktioniert so und vorne martin ja dann würde ich sagen die auswechslung machen wir später weil jetzt sind wir schon bei 20 minuten also danke dass ihr das Video angeklickt habt wenn ihr das gefallen habt gebt ein like oder einen Daumen nach oben abonniert uns oder folgen wir mal an der facebook Seite der link ist unten in der beschreibung